so ist ja schön wenn die aufnahme gerade abkackt weil ja einfach mal die festplatte folgern deswegen wird es einen kurzen cut in dem video gegeben nämlich mal ganz stock an hat er eigentlich heilzüge mit der art heilzüge jaaa i went fine Du kannst den Trennen komplett entfernen. Wie weit weg bist du von der Klinik-Branche? Über 10 Minuten, Stu. Was ist passiert? Das war freudig. Es kann nicht repariert werden, ok. Jetzt mal lieber wie er die Knochen aus, Alter. Oh, das sieht aber spannend aus. Ich muss das Ding stoppen. Ich muss das Ding stoppen. Dann holen wir den Kult, um die Sperre zu lösen. Danach kann der Kult für die Fahrerkabine eingeben werden. Dritter Schritt, Kult für die Fahrerkabine eingeben. Geben Sie den Kult für die Fahrerkabine eingeben, um die Sperre aufzuhäen. Nach Abschluss dieser drei Schritte, können die Bremsen manuell bedient werden. Okay. Er bleibt zurück. Ich gehe nach dem Backdeck und manipuliere den Kontrollen für den Bremsen. Dann verbrechen Sie den Bremsen von hier, okay? Billy. Was? Geh sekitarisch. Ach du liebe Scheiße. Nein, ich habe die Knotte liegen noch nicht. Ich glaube, es habe er nicht gespeichert. Genau, das ist der Zeit. Ja, das ist klar. Junge Wenn das jetzt den ganzen Zug so weiter geht Ich habe ihn nicht mehr So muss das sein. Scheiße. Heide ich Heilsrücken mit, ne? Ich muss nicht. Scheiße. Ich bin noch... Wir werden gleich erstmal sehen, wie er da steht, sie sind tot. Wenn ich den Weg zurück gehen muss, überlebe ich das auf jeden Fall. Da bin ich einfach voll gebumst. was Maschinen. Ach du, liebe Scheiße ! Nein, 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 nein Bist du bist? 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 Das ist Billy. Ich habe den Kontrollen mit dem Freude. Überrasch. Roger, ich werde den Freude auf jetzt. Oh Gott, was er mal? Oh Gott, was er mal? Ich habe den Freude auf. Ach so, ich werde nicht den Freude, mit dem Freude... Ich freue mich. Du bist die Freude auf jeden Fall, die Du bist. Oh Gott. Ich werde. ... ich werde. Berge, ich werde. Ich werde. Oh, ja, 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 ja. Wow, ja, 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 ja. Rebekah? Rebekah! I'm here. Are you all right? Hey, I just stopped the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Oh, can you be careful of your income? Oh, you shit. Okay. 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 I'll go check over there. Yeah. No! You fuck! Oh, no! Oh, no! Du Stück Scheiße! Das ist nicht der Scheißernst. Fick dich, Alter! Nee! Scheiße! Scheiße! Ich hab dich es nicht nennen sollen. Du musst du mal auf den Kopf gucken, das du nehmen sollen. ich habe die schnall zu ich bin za mąż